hallo schön dass wieder mit dabei bist hier bei mir auf dem kanal es geht trotzdem weiter heute soll es um das thema abgrenzung gehen wir schauen uns dabei die grundlagen der abgrenzung an wir schauen uns an wo die ursachen liegen warum man sich vielleicht nicht richtig abgrenzen kann und zum abschluss gucken wir darauf was es für gefahren gibt wenn man sich nicht richtig abgrenzen kann nun was ist abgrenzung abgrenzung ist vom prinzip eine schutzfunktion damit äußere einflüsse nicht eine zu große last für uns werden vom prinzip her kannst du dir merken dass abgrenzung bedeutet erst du dann die anderen das klingt jetzt erstmal etwas sehr hart und wird vielleicht im ersten moment mit egoismus gleichgesetzt aber abgrenzung hat nichts mit egoismus zu tun wir sind in unserem leben vielen einflüssen ausgesetzt menschen atmosphäre katastrophe gesellschaft ich könnte ewig so weitermachen mit den aufzählungen all diese sachen haben einfluss auf uns und machen etwas mit uns und bei der abgrenzung geht es darum dass du selber entscheidest wie weit lässt du situation an dich heran oder wie weit lässt du dich auch vielleicht von anderen vereinnahmen vom prinzip her entscheidest du bei der abgrenzung für dich wo sind deine grenzen und wer darf diese grenzen nutzen vom prinzip her geht es bei der abgrenzung darum dass du für dich grenzen setzt und vor allen dingen du entscheidest wo du diese grenzen für dich hinsetzt sprich wie weit möchtest du in welchen situationen gehen zu beachten ist dabei dass du darauf achtest wo deine individuellen deine speziellen deine persönlichen grenzen sind du hast vielleicht eine andere grenze im bereich körperliche nähe als ich und dann geht es auch darum dass du sagst wenn dir jemand zu nahe kommt ich möchte nicht dass du mir noch näher kommst sprich du zeigst diese grenzen halt auch auf und auf der anderen seite hat dein gegenüber vor allen dingen zu akzeptieren dass es diese grenzen gibt grenzen setzen ist aber auch etwas positives grenzen setzen führt unter anderem auch zu innerlicher stabilität denn du wirst einfach gefestigt du weißt was du willst und grenzen setzen fördert auch ein stabiles miteinander mit anderen menschen denn andere menschen wissen zum beispiel dann auch woran sie bei dir sind jeder mensch hat ein recht auf seine eigenen individuellen grenzen grenzen setzen hat nichts mit ausgrenzen sprich mit diskriminierung zu tun in kleinster weise kommen wir zu den ursachen für mangelndes abgrenzungsverhalten die hauptursache ist mangelndes selbstwertgefühl diese ursache kennen wir auch als symptom bei den depressionen und es ist meistens so wer ein geringes selbstwertgefühl hat kann sich nicht vernünftig abgrenzen die mangelnde fähigkeit zur abgrenzung basiert meistens auf ängsten nicht geliebt zu werden nicht gewollt zu werden dass man zurückgewiesen wird wird man vielleicht egoistisch lieblos kaltherzig wird man vielleicht selber irgendwann dann zurückgewiesen werde ich vielleicht irgendwann total einsam sein von allen verlassen sein da komme ich vielleicht irgendwelchen gesellschaftlichen pflichten nicht nach neben diesen ängsten gibt es auch noch weitere ursachen dafür dass man sich nicht abgrenzen kann nämlich dass man zum beispiel seine eigenen grenzen noch gar nicht kennt dass man die vielleicht auch noch gar nicht definiert hat desweiteren kann es vielleicht aber auch sagen dass ihr eure grenzen schon kennt sie aber nicht zum ausdruck bringen also sie nicht artikulieren könnt ein ganz fieser punkt ist dass sie eure grenzen kennt dass ihr die grenze auch zum ausdruck bringt aber dass dann es einfach solche menschen gibt und solche menschen gibt es leider die eure grenzen einfach nicht respektieren das thema achtsamkeit ist für das thema grenzen setzen etwas was super super wichtig ist kommen wir zu den gefahren wenn ihr euch nicht vernünftig abgrenzen könnt vom prinzip her werdet ihr wenn ihr euch nicht vernünftig von situationen und auch vor allem von anderen menschen nicht vernünftig abgrenzen könnt einfach überrollt ihr werdet mit wünschen überrollt ihr werdet mit aufgaben überrollt ihr werdet einfach schlichtweg ausgenutzt auch im schlimmsten fall das alles wird dann im nächsten schritt dazu führen dass ihr irgendwann körperliche symptome dazu spürt ihr werdet abgeschlagen sein ihr werdet erschöpft sein ihr werdet irgendwann vielleicht auch in einer traurigkeit in der dritte punkt ist du wirst von anderen einfach ausgenutzt und dominiert punkt 4 wird irgendwann sein dass du irgendwann völlig überfordert bist und eine erschöpfung leidest der fünfte punkt ist du wirst irgendwann an einem punkt sein wo du nur noch unter den problemen von dritten von fremden von anderen leuten einfach nur noch leidest der fünfte punkt ist du wirst einfach irgendwann unter fremden problemen leiden dass irgendwann zum sechsten punkt führt dass nicht nur für dich fremde probleme zum problem werden sondern dass auch du von situationen auf einmal betroffen sein wirst die dich eigentlich auch gar nichts mehr angehen weil du auch gar nichts mit denen zu tun hast ihr seht fehlende abgrenzung ist ein teufelskreis und es gilt diesen zu durchbrechen und um euch vielleicht eine kleine hilfestellung dazu geben habe ich mir überlegt im nächsten video geht es darum dass ich dir ein paar tipps zusammenstelle wie du lernen kannst dich abzugrenzen ich freue mich auf nächste woche wo genau dieses video kommen wird auf dich und bis dahin passt gut auf dich auf deinem key